Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, ich bin bei den Briten, äh, War Thunder. Ja, heute spielen wir wieder mit Hähnchen. Die ist nütz. Ja, ja, genau. Die ist nütz. Ich fülle mir gleich. Ja, bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Immer. Immer. Wie liegt los hier, du Löffel? Ein Augenblick. Ich hole mich hin. Ah, jetzt reicht's mehr. Ich hab 13 Flugzeuge abgeschossen mit meinen, äh, schweren Jäger. Oh, oh. Oh, steht das noch? Ich hab das bei, ähm, äh, bei den Lackierungen gesehen. Weil ich würde dann für den doch schon gerne, äh, diesen, äh, das, was man da freischalten kann. Aber da brauche ich 60. Sieh zu jetzt, ich will los, ich will Leiter, es reicht mir. Ja, 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 ja. So, aber dann quatsch ja das, wollen deine Zuschauer gar nicht hören. Ich weiß, Gott, so quatsch ich. Aber es gibt doch hier so viel zu quatschen, das ist ja das Tolle. Aber Volt of Warships, nee, das wird nichts für mich. Hab ich heute mal ein bisschen geguckt. Gar kein Fall. Das ist ja... Ja, das hast du, äh, bei, äh, äh... Nee, aber das ist dann übrigens hier echt extremst langweilig. Naja, geht. Es ist halt nicht so spektakulär wie, also nicht so, äh, actionreiflich. Afrikanische Bergschlucht. Oh nein. Oh nein, die ist anstrengend. Berge sind so anstrengend. Nee, anstrengend ist nicht, die ist, äh, die ist gut. So, als erstes wieder mit meiner Tacx Gladiator MK2. Auch wenn ich dadurch immer extrem langsam bin. Aber ich will nicht gleich bei einer guten Flugzeuge... Ja, und dann ärgerst du dich, wenn du, äh, wenn du mit der Tacx, äh, richtig gut bist. Naja, ist doch egal. Denn ist doch egal. Ach du Scheiße. Wo sind wir denn? Hier, ey. Alter, es ist... Wenn wir hier abstützen, führt uns, äh, äh, tut uns niemand finden. So, welche wollen wir? Ich hab keine Ahnung. Da ist ne Key 43. T400, grunk. Grunk? Okay, schon allein wegen den Sch... Naja, die P400, die ist, äh, ist ein Amerikaner. Ist das nicht die Mustang, die P400? Nee, nee. Aber ich glaub, der Vorgänger oder so. Ja. P40 ist die Mustang. Ich glaub, ich zumindest. Alter. Flugzeug zerstört. Zusammenarbeit. So, und... Oh, direkt hier oben ist er auch. Oh. Boah. Boah. Das war knapp. Da hab ich aber mal gut reagiert. Alter. Boah. Meine Jäger sind nicht so gut. Jetzt reicht's mir. Jetzt flieg ich gleich mit der Spitfire, weil die Hurricane hatte ich eben. Geht's los, Spitfire. Bewertung von 2,3. Alter, ich hab, ich hab, ich hab, meine, meine hat ne Bewertung von 2. Doch, halt. Also mein schwerer Jäger. Ja, ja. Und das ist der einzige mit ne Bewertung von 2. F2A. Mars Tennis. Alter, jetzt, ja, dem jage ich schon die ganze Zeit. Mach Mühe. Alter. Alter. Alter, Flügelspitt. Nein, der hat mir mein Flügel getroffen. Ah, fuck. Nein. Hab dich zwar nicht verstanden, Schatz, aber läuft. Ja, äh, ich hab, ich hab auch wenig gesagt. Alter, ich mein noch nicht dich mit. Hab dich nicht verstanden, Schatz. Hahaha. Scheiße, wo ist sie jetzt denn? Ja, Mann. Alter, sie ist auch der Kunde, du hast. Ne, ne. So, hab ihn. Abschuss. Alter, alter. So, ich tu wieder auf dich auf. Ja, mit mir kannst du aber nicht rechnen. Wieso? Ich hab einen schwerbeschädigten Flügel. Die 15. Deswegen fliege ich auch so schräge. Oh, alter. Oh, scheiße. Oh, was? Jo. Flügel abgerissen. Von so einem scheiß, äh, P26. Ja. Jetzt kommt die Rache der Jäger. Alter, scheiße. Jemand hat mir die Spitfire abgenüttelt. Bremst gleich ab. Oh, schade. Deh, 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 deh. Deh, 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 deh. Oh, schade. Ich hab noch ein Flugzeug zerstört. Ich hätte nicht mehr rennen. Du hast... Oh, ich bin ausgegangen. Cool. Du hast... ähm, hier, äh, Bomba zerstört. Oh, alter. Ich kann gar nicht mehr lenken. Oh, alter. Oh, hab ich Löcher an meinem Flügel. Bomba, okay. Cool. Und die Katarina. Okay, ich hab nur Sprit für 0 Sekunden. Glaub ich zumindest. Ha, geil. Guck mal. Fahrwerk aus. Du musst da. Oh, scheiße, der ist so schnell. Geil, ich bin gelandet, Alter. Ehrlich mal. Ich bin grad gelandet. Flugzeug zerstört. 15 Sekunden noch. Notlandung. Geil. Weiche Landung. Plus 110. So, 10 Sekunden. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Lass mich überleben. 4, 3, 3, 1, Atombombe. Ich hätte er gelacht, wenn ich dich noch getroffen hätte. Oh, alter, hier rennt es um weiter. So, Harry Kane fertig. Mit der fliege ich echt durch. Entschuldigung. Wo bist denn du? Im Krisenherd? Das ist der, der mich abgeschossen hat, der Penner. Ach, da unten. Oh, jetzt ist er drauf. Welcher denn? Ah, ne Lack 3. Oh Gott. Oh, hier ist ne I-15. Direkt weg bei mir. Abschuss-Helf. Ah! Alter. Alter! Was du das? Nein, nein. Och ne, Leute. Was denn? Mein, äh, ich stürz gerade ab. Ich kann nichts machen. Na, vielleicht kann ich noch was machen. Komm schon, gib Gummiii. Nein, der Boden kommt immer näher. Nein, der Boden kommt immer näher. Oh, alter. Oh, ganz langsam kann ich nur nach oben ziehen. So richtig, so eine Zeitlupe. Alter, ist hier keiner mehr da? Was? Hier ist keiner mehr im Gebiet. Ich, äh... Ich seh dich nur noch da rumfliegen, irgendwie. Das bringt gar nichts, was ich hier mache. Oh, jetzt hab ich auch verschissen. Jetzt hab ich mich verlengt. Top P-36, die nehm ich mit. Jetzt hab ich mich verlengt. Ja. Die haben mein Leitwerk, äh, hinten, äh, beschädigt. Okay. Ich konnte gar nichts mehr machen. Nicht mehr hochziehen, gar nichts. Oh, alter. Da hat er mich aber fies gegen die Mauer fast gedrängt, da. Ah, die P-36. Ich komme. Schade. Ist mein schwerer Jäger wegen einem, wegen einem Kollegen kaputt gegangen. Ja, so ist das wahrscheinlich. So, noch eine Leck 3. Alter, da kommen ganz viele. Ich muss echt eindeutig aufnehmen. Nee. Wie fliegen wir hier rum? Äh, P-36a, ne? Ja. Oh, ich komme nicht hinterher. Ich auch nicht. Das ist ja nur schwer. Der ist schneller als ich. Ich hab hier eine I-16. Wow. Oh, der ist gerade abgeschmiert. Auf zum nächsten. Treffer. Hey, das ist mein, hey, das Flugzeug fliegt ich gerade. Nee, nicht ganz. Das ist eine, oh, ich glaube, das ist eine, ist das eine Sieger? Nee. Ich hoffe, ich knall jetzt nicht gegen, wenn jemand noch gegen... Oh, Alter, du fliegt dich jetzt reinkt's mir langsam mit dir, Alter. Was ist los? Ich hab dir fast mit meinem Propeller die Arschritze massiert. Alter. Ja. War, sah aber spektakulär aus. Da bist du einfach genau vor mir hochgekommen auf einmal. Ja, das war auch mega eng da. Also, nicht nur bei dir, auch bei anderen. Lass uns mal hier vorne die U-780 und so, wenn du gerade auch in die Richtung guckst. Oh, Alter, war das jetzt knapp. Alter, Munition schon wieder alle. Ich glaub das nicht. Hör doch mal auf mit der Kacke. Boah, Hähnchen. Alter, war das jetzt knapp. Alter. Der Typ hat mich erwischt, der über dich rüber geflogen ist. Alter, irgendjemand hat da extrem Tripper gehabt. Alter, der ist über dich rüber geflogen und hat mich dann erwischt. Ich war direkt hinter dir. Nur eine Propellerlänge hinter dir. Alter, was für ein... Ja, ich hab mein neues Flugzeug. Ja. Echt, okay. Eine Key 43. Ist aber ein leichter Jäger. Okay, das ist auch geil. So, was kann ich hier machen? Kaufen? Ah, 7mm offensiv. Gut, gut. Aber was mach ich jetzt? Nehm ich jetzt diesen schweren Jäger oder... Ne, ich wollte hier das. Ganz ehrlich. Da. Achso, ich wollte grad sagen. Ich dachte schon, ich hätte den jetzt schon erforscht. Hä? Das wär ja ein bisschen zu schnell gewesen. Oh. Oh, cool. Ich hab alles von meiner KI 27 dazu. Okay. Erforscht. Geil. Muss ja auch mal sein, ne? So. Ist halt alles. Ist eigener Platz in Team 4. Immerhin. Ich war 8er. Aber was sollst. So, alter. Nice. Nettes Flugzeug. Ziemlich groß irgendwie. Okay. Obwohl das ein leichter Jäger ist. Welcher hast du denn? Wie heißt die? Ich komm mal mal den her. Kaufen 43. Ach da, das... Okay, leichter Jäger. Kampfweizstufe 1,7. Naja. 500 kmh ist auch gar nicht schlecht. Aber der hatte Geschossmenge je Sekunde. Ist ja nicht wirklich doll, ne? Naja. Der kann ja gar nichts eigentlich. Der hat ja nur... Der hat auch nur zwei Maschinengewehre. Ja, das ist... Ja, du musst weiter, damit du die KI-44 und so kriegst. Oder? Ja. Was aber auch ein leichter Jäger ist. Also... Irgendwie... Oh, der hat aber immerhin 12 mm Geschütze. Ah. Ja, also ich... Ich bin auf jeden Fall wieder bereit. Und... Eine schaffen wir jetzt noch. Ja. Oh. Ich... Oh. Ich muss unbedingt... Ich muss echt das Wasserflugzeug erforschen. Das Ding hat auch 20 mm Geschütze. Also Kanonen. Äh, wie gesagt, ich will da dieses Spitfire. Äh, Typhoon will ich. Hurricane braucht noch 1742 Punkte. Ach komm. Danach mach ich die Typhoon. Luftziele? Für 12 mm? Okay. Ah, cool. Ach, der hat auch 12 mm, die KI-43. Das ist natürlich nice. Boah, ich freu mich auf die Hurricane MK2B mit den 12 Maschinengewehr. Ja. Das war nochmal... Also nochmal vier mehr als wie mit meiner Hurricane jetzt. Und mit der Hurricane bin ich fast... Also nicht unbesiegbar, aber mit der schieße ich ja alles. Wann würde ich denn sowas bekommen? Ich glaube, ich würde sowas überhaupt gar nicht bekommen. Ach du Scheiße. Was ist denn das denn? Äh, okay, die Japaner haben ja echt nur Müll. Okay, ich bin mal kurz, ähm, away from the keyboard. Äh, ja und ich hol mir mal kurz was zu trinken. Sorry! War jetzt natürlich ein bisschen blöd während der Aufnahme, aber naja, tut mir laid. Äh, okay, die Japaner, ich weiß nicht, ob ich mit denen... So, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, ob ich mit den Japanern glücklich werde. Das höchste, was die Jäger an Maschinen, äh, also an Kanonen haben, sind, äh, 2 und 2. Also 2 x 2. Okay. So, gib Gas jetzt, hau rein. Hop, 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 hop. Naja, ich will ja auch, äh, die KI-43 fliegen. Afrikanische Bergschlucht, oh. Das ist übrigens mein erstes, äh, Stufe-2-Flugzeug. Okay. So, wieder nach Afrika. Afrika! Afrika, nie das. So, ich nochmal, jetzt höchst du dir nochmal mit Chax Gladiator. Tuxi, Tuxi. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Alter, ich überhole dich ja jetzt schon. Ich fahr ja auch nur, oh, da fliegen nur 200, äh, 300 jetzt. Alter. Alter. Ja, ich hab deutlich drüber geschossen. Also, als hätte ich dich da getroffen, wäre das ein Mega-Lag gewesen. Ja. Die A36, nee, die H51 da auch. Was, Kost? Ja. Oh, Alter, Alter, Alter. Die Flak ist aber ganz schön brutal hier. Alter. Tempo verringert, Alter. Scheiße, mit dem Sturzflug. 21 G. Das ist 16 G. Oh! Flügel abgerissen. Flak? Ja, nee, da steht, Abschluss wird folgenden Spieler gutgeschrieben. Oh, okay. Aber, ja, ne BF 110 mit einem Schuss, das hasse ich ja. Ja, die sind... Ne 110? Ja. Die sind brutal. Oh ja, Deutsche. Cooles Teil, doppelt Motor. Ja, ist ein schwerer Jäger. Das ist ein richtig geiles Teil. Würde ich auch gerne fliegen. Oh, ne Deutsche. Oh, Trump. Komm ich mit meiner Spitfire. Ich mach Gemüse hier. Alter, der leichte Jäger hier ist scheiße. Also noch. Vielleicht wird er ja noch besser. Mal gucken. Ich komme auf jeden Fall zur Unterstützung. Alter, 600 fliege ich. Ernsthaft? Krass. Wow, Alter, du... Nein. Was hast du? Was ist das denn? Das ist stehen geblieben in der Luft, das Ding. Ja, ja. Ja, und ich bin... Alter, aber so richtig aggressiv stehen geblieben. Auf einmal. Oh, das war jetzt ganz doof von mir. Ich bin... Boah, Alter, das war ja mal... Das war doch unlogisch, ey. Ja, ähm, ich hab den ja abgeschossen gehabt. Ja, ich hab den abgeschossen. Ja, nee, ich meine, beschädigt gehabt. Deswegen ist er auch so langsam geflogen. Der wollte, dass ich ihn überhole. Ja, aber warum ist er denn auf einmal genau plötzlich stehen geblieben? Das war ja so extrem so logisch. Doch. Nein. Bei mir schon... Er ist ganz langsam geflogen. Also so richtig langsam. Bei mir ist er genau stehen geblieben. Als ich ihn abgeschossen hatte, auf einmal war er ganz langsam. Ja, klar. Wenn du den Flügel abreißt und dann... Ja, aber der tut doch nicht sofort stehen bleiben. Also instant 0 kmh. Aber mit sowas musst du doch rechnen. Du darfst nicht immer so extrem... Oh, da unten ist eine Gladiator. Gladiator Arschwegrator. Ist gerade aufgeschmiert. Du bist nur... Bei uns in der Basis. Ach da. Also nicht Basis. Die A36? Ja. Kommt mir gerade entgegen. Er ist gleich weg. Kritische Treffer. Zerstört. Alter, aber gut zerstört. Nice. So, wohin? Vascos. Okay. Oder hier diesen Gladiator. Ja, Gladiator, ja. Wenn ich an den Gang komme. Und nicht, dass die hier ein 112 dann noch vorher kommen. Die schießen auch Raketen ab, ne? Könntest du mir erzählen, was du willst? Ja, sowas gibt es. Ja, sowas gibt es auch. Aber warum steht da nicht, dass da Raketen bei sind? Hä? Der steht bei meinem Flugzeug nicht. Ja, weil... Hallo, das hat ein Flugzeug halt nicht. Raketen kriegt man das ganz später. Ja, aber der hat hier... Ich schieße auf jeden Fall mit zwei Geschützen. Also zwei verschiedene. Flügelsteuerung schieße ich. Ihr Wichser, warum... Warum halten die auch immer genau drauf, ey? Das ist ein schwerer Jäger. Ich halte mal... Ja, geil. Das ist echt beschissen gerade. Ja, der wollte auch hochziehen, der Runde. Alter. Könnt ihr mal aufhören, auf mich zu schießen, ihr Bastarde? Alter. Ja, danke. Ich versuchte gerade zu klären. Flügel abgerissen. Ich hasse das. Autsch. Alter. Gegen die... Gegen die Bergwand geknallt. Scheiß Russe, oder? Nein, ich hab nichts gegen... Russen? Ich hab auch nichts gegen Russen, das sei denn, sie sind Russen. Äh, bitte was? Bitte was? Wieso riecht das hier gerade so komisch mal an? Hier ist aber nichts gegen Russen. Oh, Nexion aufgebraucht. Ich hasse dieses Wort. Oh, ich wurde getroffen. Oh, ich bin gerade... Oh, Alter. Ganz schön unter, Bischof. Nee, die sind ganz schön gut hier, die, äh... Ne TBF ist da. TBF. La 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 la. La la la. La 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 la. TBF, das ist ein Bomber. Alter, irgendwo ist jemand hinter mir, das gibt's nicht mehr. Scheiße. Oh, das war ein Marinebomber. Äh, mich hat's gleich erwischt. Ja, oh, Alter. Flügel abgerissen. Äh, die sind teilweise nicht gut. Gladiator MK2, ey. Das ist ne Nimrod, ernsthaft? Naja, die Nimrod war ich hinterher und der hat mich leider immer anders abgeschossen. Komm, die lande ich noch. Ne, leider nicht. Flugzeug zerstört, Nimrod. Alter, Leopardenmuster oder was? Gelb, ey. Ist ja, gay. Und zerstört. Geil. Fury MK2-Gelände bin ich da. Oh, ne Gladiator hat mich erwischt. Oh. Ja, mich hat er auch ne Gladiator erwischt. Mal sehen, ob es der gleiche ist. Ne, der hat kein Tigermuster. Ne, nicht Tigermuster, sondern so schwule Leoparden. Ich weiß ja auch nicht. Boah, jetzt hin wird mal. Le, oh, le. Le, oh, Leopard. Le, oh, Le, oh, Le, oh, Le, oh, Le, oh, Le. Hey, von nichts zuhörst. Oh. Ja, wenn du brennst, dann kann ich so gut wie gar nichts machen. Äh. Was kostet? Ja, den bin ich gerade hinterher. Ja, der hat mir wieder von mir liegen. Boah, Alter. Das ist aber jetzt lange her, das. Ja, ich hab dich gerecht. Ja, Abschlusswilfe. Jetzt muss ich mir mal ein Gladiator bringen. Ach, du Scheiße. Ja, aber ich glaub, das hier ist auch mein letztes, äh, gutes Flugzeug. Ah, komm schon. Fumo. Komm her, Fumo. Jo. Fumo, Fumo. Ich treff dich nicht. Der ist, glaub ich, noch zu weit weg. Äh. Jetzt hab ich ja noch. Also richtig treffen tut man jetzt so ab 750 Meter, würde ich sagen, ne? Ist doch doch okay. Ja, ungefähr. Dann zeigt er den Punkt an. Boah. Nee. Ich glaub, der wurde abgeschossen gerade. Nee, der fliegt hier. Die Berge. Ach, da ist er geflogen, aber richtig perfekt. Ja, ich hab den voll aus den Augen verloren. War gut. Treffer. Hui. Treffer. Luftzeug zerstellen. Jo. Abschluss selber. Ich feuer nochmal drauf. Welchen wollen wir? Hast du hier noch einmal? Äh, nee, ich folge dir. Also, jetzt fliegst du hier im Kreis. Ja, ich guck gerade rum, wo du warst und wo bist du hier. Ähm, I-15, HE-57, äh, 51, Yolong. Achso, wir haben gewonnen. Staffelflug. Ja, welcher Platz wurde ich? Ach, ich hab doch da. Ich glaub. Ohohohoho. Nicht schlecht. Wieso bin ich Zweiter, obwohl ich... Oh. Achso, deswegen. Alle Munitionen für Hurricane M1 erforscht. Oh. Ohohohoho. Das ist geil, Hurricane M5 K1. Hä? So. Oh. Ohoho. Ja, alles dran jetzt. Warte mal. Oh. Iiiih, ich hab nix. 455 Punkte noch für meine Hurricane Mk2. Oh, die ist langsamer, äh. Bisschen. Ah, scheiße. Okay. Ja, wie lange ist die Aufnahme? Ist glaub ich zu Ende, ne? 24 Minuten. Also, wenn du willst, können wir noch ruhig eine machen, aber... Aber... Extra lange Folge, sagst du, ist das? Boah. Ja, dann lass uns aber jetzt schnell. Okay. Wie gesagt, mal, Eltern können kommen wegen Robi, deswegen. Naja, dann mach ich auch bereit. Ach, ja, stimmt. Oh, also. Der ist noch vergessen. Abgrund. Ich will nicht in den Abgrund. Alter, was ist das denn? Ich glaub, das kenn ich gar nicht. Ach doch, oh Gott, nein. Alter. Hier ist anstrengend. Schneeberge. Diesmal nehm ich direkt meinen schweren Jäger. Ich nehm Tux Gladiator, ich hab immer echt Angst, ey. Und manchmal ist das ja immer so, dass das echt beim ersten Mal gleich abgeschossen ist. Dann ärgerst du dich, dass ein gutes Flugzeug ist, also. Ich hab nur noch einen Doppeldecker. Ich hab noch drei. Alter, ich seh ja gar nichts, ich seh mein Flugzeug fast gar nicht. Ja, meins ist auch Silber. Ja, das ist halt. Wo sind die Gegner? Äh, das dauert noch. Kommen die hinter der Bergruppe, ne? Ja. Ach da. Terminal, ich hab gar nicht gedacht, was Tux Gladiator heute. Okay, die Map kann ich überhaupt noch gar nicht. Weh, wollen wir hier da die, 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 ähm, auch wie, Leck 3, ne? Oder? Können wir machen. Alter, Sturzflug. Boah, du bist schon einen Kilometer vor mir, Wahnsinn, ne? Boah, das ist aber keine... Was ist denn das, das... Der Abflugzeug zerstört, Alter, ich hab nur einen guten Treffer. Das ist eine 110. Direkt vor mir ist eine 110. Oh, eine 110, ich will dich auflegen. Ich hab eine Spitfire. Oh, irgendjemand, Alter, ich muss mein Tempo verringern, das gibt's doch nicht. Äh, da. Ich hab irgendjemanden an meiner Arsch, ne? Alter, kritischer Treffer, der brennt. Ach, du Kacke. Habt ihr, der Maki, mir ist grad ein Flügel ins Gesicht geflogen. Ich kann nicht mehr lenken. Alter, wie viel ist das denn? Hat der Kamikaze gemacht, oder was? Wahrscheinlich. Oh, komm schon, ey. Ja, sowas ist assig. Ja, also, ich kann mir gar nicht mehr auserschießen. Ich flieg jetzt gegen jemand hier. Oh, sauber gelandet. Das Flugzeug zerstört? Alter, mies. Spitfire, jetzt geht's rund hier. Weiß nicht. Fieses Ding, ey, der ist einfach nach oben gezogen, ne? Ja, ja. Alter, das ist aber der fachsägliche Mami, der hier gar nichts sieht, ey. Und der hat mich zerstört, eine Jagd 7? Alter, ernsthaft? Alter, ich hab schon gedacht, hier in den Auto gelesen, ey, das gibt's doch nicht. Was? Eine Jagd 7 hat mich zerstört, Alter. Ja, oh Gott. Ich will auch solche... Ich glaub, die Japaner haben echt keine guten Jäger. Es war doch vielleicht ein kleiner Fehler, vielleicht ein kleiner Fehler, die Japaner zu nehmen. Ein P400, Alter, bist du schnell. Ich weiß nicht, wo sie ist. Hinter dir, der Jagd. Ja, also, kann man irgendwie Manöver machen, dass man so zack, nach oben zieht sofort, also ganz, ganz steil? Muss es geben, weil, also, weil der ist gerade so hoch auf einmal. Der ist gerade zerstört worden. Ja. Hier kommen H6K. Hier ist ein Hurricane, direkt hinter dir. Alter, und noch... Noch ein anderes Flugzeug. Was aber Kamikaze machen wollte, glaub ich. Ich seh, Moment im Moment gar keinen... Mach, mach, mach weiter diese Manöver. Weil, äh, der ist direkt hinter dir. Aber das ist nervig, kann man nicht irgendwie nach hinten gucken, ne? Nee, leider nicht. Zumindest weiß ich nicht wie. Musst du mal echt abchecken, weil das nervt mich, dauernd sehe ich nicht, na ja, wo ist... Position alle, aber der ist nicht mehr hinter dir, glaub ich. Doch, doch, der ist hinter dir. Alter. Die, 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 die ist anstrengend, also, die... Ja, die nervt wirklich extrem scheiße, ja, weil hier alles blendet. Ja. Der ist direkt hinter dir. Und noch einer ist ja direkt hinter dir. Alter, du wirst richtig gelackt. Ja, ich bin, ich bin auch kaputt. Ich konnte nichts mehr machen. Okay. Lol. Ja, da, da... Ich hab mein Bestes versucht, aber ich konnte nicht. Ja, der war eine ganze Zeit hinter mir. Man kann auch jemanden abschütteln, eigentlich, ja. Ja, doch, geht, aber das ist schwer. Ne, Leck 3, oh nein. Alter, also, die, das ist die schlechteste Merke. Ich seh hier echt gar nichts, eigentlich, also, das ist Wahnsinn. Chicken George, den hole ich mir. Oh, ich hab ein Flugzeug zerstellt, cool. Chicken George. Äh, Chicken George? Ich hab ein Chicken George geholt. Also. Einige Hühnchen, was hier ist, bin ich. Das ist mein Schwerer Jäger. Ich will dich zerstören, du Jun... Äh, Junge. Ich hab mich gerettet. Alter, ich bin bewusstlos. Oh ja, da musst du vorsichtig sein. Weil aufhören rumzuheulen, die Kotze. Haha. Alter, die KI-45 ist echt gut, äh, schnell. Das denn hier, Turm? Oh, äh... Ach, tatsächlich. Alter! Alter! Oh, mit MG drauf auf dem Turm, oder was? Ich vollidiot. Ja. Das ist ein Bunker. Und ich dachte, hier sind irgendwelche Touristen. Oh, Alter, beide Flügel abgerissen. Check, die Haut hat dich umgenieselt. Von der 100... Der hat eine 110, Vorsicht. Die hab ich da abgeballert. Ja, äh... Alter, boah, krass. Eine braune 110. Ich glaub, der wurde gerade zerstört. Von Kamikaze-Jäger. Also dieses Kamikaze-Gedöns ist echt scheiße. Ja, das sind dann aber auch die, die keine Lust haben zu spielen, das ist nicht richtig. Ja. Vor allem, man kriegt ja zum Glück keine, ähm, ähm, äh, kein, äh, nix, äh, gutgeschrieben. Ja, ich finde, die sollte man sogar, wie heißt das, verwarnen, meiner Meinung nach. Ja, gut, äh, das ist ein bisschen schwierig, weil man kann nicht unterscheiden zwischen Absicht und, äh, unabsichtlich. Naja. Aber sowas passiert auch gerne mal unabsichtlich. Oh, Alter, ey, das ist doch so klar, dass wir da jetzt... meine Scheiß-Munition alle, das kann ich ja zwischendurch mal aufladen, ne? Bei dir sind drei Flugzeuge, aber ich glaub, ich, ich helf dir mal da. Ah, ich hab auch ein Leck im Tank. Ja, das ist, äh, eigentlich... Nö, nicht ein Leck, sondern komplett alle. Oh. Ernsthaft? Ja. Äh, 12G. Nein, Kontrollverlust! Quale. Mission gescheitert. Oh, schade. Ah ja, Platz 10, Alter, das war wirklich schlecht. Wie, wie, wie mach ich das? Platz 2? Naja, also wegen, ich weiß, wie schon jetzt noch so was, Cheaters oder so, ich weiß auch nicht. Ich hab nur zwei, ähm, ähm, Auszeichnungen bekommen. Zweimal Bodentruppe-Retter. Und bin trotzdem Platz, äh, äh, ja gut, 4. Oh, meine Harry-Kare ist, glaub ich, fertig. Ja. Oh. Ja, fertig, bestell. Ah. Welche soll dafür weg? Meine Fury-Ellich-Ell-Scheiß-Koch. So, neue Abdeckung. So, was tue ich jetzt forschen. Äh, muss ich hier? Ach ja, ich muss forschen, ne? Ich kann gar nicht raus aus dem Menü. Ja. Ja, warte mal, jetzt ist, äh, geklingelt. I. So, neuer, äh, Rumpf. Äh, nein, mach ich erstmal nicht. Ich mach noch einen Kühler. So. Wie sieht's denn mal forschungsmäßig aus? Geil. Aber ich glaube, das, äh, das Ding will ich kaum fliegen. Marinejäger. Wie sieht's denn eigentlich bei den Amerikanern aus? Oh, Gott. Uh, nein, das wollte ich jetzt nicht. Mhm. Ja. Ja, keine Ahnung, ich weiß echt nicht, äh, sind die Japaner echt, äh, gut oder sind die wirklich so scheiße, wie das, äh, da irgendwie aussieht? Zwei, ja gut, zweimal 20 Millimeter ist natürlich gut. Ja, gut. Die haben viele Großkalibre-Geschütze. Zwölf, zwanzig, oh, uh. Ja. Zweimal, okay, die haben echt, äh, hochkalibrige Geschütze. Na, mal gucken. Uch, nein. Mann. Ja, 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 okay, das ist auch ein Jäger, aha, der hat zwar, oh, alter, nice, das Ding würde ich gerne fliegen. Oh, die ME-410. Do 217. Ja, ist jetzt die Frage, sollte ich, äh, weitermachen mit Japanern oder? Mal irgendwie gucken, irgendwas anderes zu nehmen, die Russen, wie sieht das dann bei den Russen aus? Haben die überhaupt schwere Jäger? Ach da, okay. Ah, huch. Naja, ich, äh, würde mal dann sagen, ähm, diese Folge, ähm, man hört's ja bereits, äh, äh, ja, ist ja zu Ende. Ich denke, ich sag bestimmt auch tschüss. Tschüss. Naja. Ähm, also, das war's für diese Folge und, äh, ja, tschüss, bis zur nächsten Folge. Ja, vielleicht geht´s damit, was du mal an这个uleichernus stone grows告诉 mir? Über das war��� äter.